Das ist so eine Wichs-Schiss-Shit-Chelle Schieße einfach Komm her Ich bin gerade dabei Ja komm muss erstmal überkommen Ich bin gerade Ich bin wirklich ein Brotal Und so ist das richtig Ich bin wirklich Kommt sie ganz oben auf dem Boden Und du springst einfach immer daneben Du schlägst es ist auch da, ich bin da drüben mach mal hier im Portal, da kommt die Wichser aber nicht mehr hier hin warte, 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 scheiße ey, da kann man auch eine Flügel machen aber dann kommt die Wichse nicht mehr rüber das ist scheißegal, oder? nein, was willst du? und dann macht ein blaues da hin andere Seite ah, okay warte perfekto ja, ja alter, das ist echt so krass bullshit ey, du scheiße ey, ich peil einfach nicht ja, komm, hier mach, mach, mach Gott, mach mal hier einen, wo ich stehe hin einen, wo ich stehe einen, wo ich stehe auf dem Boden naja, hier, wo ich stehe ey, guck mal, wenn du mal auf dem Boden guckst, wo es vollgewegt wird das ist ja schon wie Kontistent mit dem Bläschen und so und so ja, das steht, darfst du sehr abraten so, egal, lass einfach da ey, lass einfach da ey, lass mein Portal weg, mach so, ich probier's hä, wie soll das denn gehen, ich will ja erinnern aber auch nichts, wo man in Portal schieben kann ich werde da nicht irgendwas kann auch nicht ey, das ist so scheiße das geht irgendwie nicht Mann, ich verstehe es einfach nicht mehr und wenn ich nichts verstehe, ist es scheiße das ist wie in der Schule ja, ich stehe nicht, ich will ja im Duschen wo bin ich denn vielleicht kann man den den Würfel finden ich habe keine Ahnung, wo wir ey, guck mal, jetzt wickse ich in dein Portal da oben rein und wo ist ein anderes hier mach mal deine Hellblows woanders hin keine Ahnung wo ja, zum Beispiel ah, das ist doof, mach die Hellblows hier dahin sieht cool aus, guck wer denn ey, wie unnötig das ist, wie soll das nicht begehen wahrscheinlich ist das einfach nein, 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 nein nein dann kannst du eine Fluggeste machen, ja irgendwann wenn du lange genug fliehst kannst du eine Fluggeste machen, doch hey jetzt bin ich auf hey, jetzt bin ich auf oh ja, ich habe den Erfolg von Steve freigescheidet Luftübungen ja, ein Luftakrobatiker ich bin da Leute, bist du draufgegangen? nein ich bin aus dem Leben am Anfang wieder rausgekommen hey, was war das denn? hast du dein rotes? ja, wo hattest du denn dein rotes, hä? woanders ich peile das halt wie einfach gar nicht mal, wir sind die letzte Flecke auf dem Boden auch noch wir streichen jetzt einfach mal alle drei ich werde die Bündchen nicht das wäre für die Bündchen, ja nein nein kannst du bringen? das ist doch mal voll gern ja, wenn du nur so Bullshit machst ja, ich war das viel cooler jetzt bin ich mich da schuld ja ey, warte, warte, warte 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 die Stadtmacht von der Idee der Einladung machen war war ich mir für dann auch wenn sie in der Welt sind vielleicht stimmt und nicht ich bin jetzt mal um die Zweifel Orden für Ich kann sogar da oben blicken. Da dachte ich auch gerade. Kann man nicht da oben blicken? Wenn du es schaffst, die Ecke hier voll zu liegen, ne? Ah ja, das schaffe ich. Warte mal. Ja, ja, genau, genau. Genau so. Genau so, mein Junge. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich hab da keine Gewichte mehr. Muss ich mir eben nachwählen. Ha! Dol. Und was ist das? Da ist scheiße und ne Tür. Hier kann man noch mehr voll weg zum Ding. Warte, warte, lass das doch. Lass das doch so. Ey, das könnte uns echt, das könnte uns echt was bringen. Wo kommt jetzt, ja jetzt, wenn du jetzt kommst, die wickst jetzt ganz woanders an, ey. Was, die ist immer noch hier oben bei mir. Ja? Ja. Ey, ich muss gleich aufhören, ne, das ist scheiße grad dieses Level. Nein, aber wir kommen grad eigentlich ein Stück weiter, würde ich mal echt sagen. Ne, du wickst jetzt jede Wand an, wo, warte. Mach mal weiter. Ja, guck, 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 guck so, guck so. Ey, was da ran bitte, gut. Warte einfach ab. Ey, das funktioniert. Warte. Ey, nein, da hinten bleibt doch gar nichts kleben auf deiner Seite, doch. Haha. Ja, und aber, das bringt dir doch gar nicht. Ja, keine Ahnung. Kannst du das nicht noch höher machen? Nein. Nein. Ja doch, mach mal dein Blaues so, dass du bis ganz oben... Es ist ganz oben. ...an die Rücken sozusagen, was hingeht. Es ist ganz oben. Es ist ganz oben. Nein, nein, die liegt... nein, mach mal dein Dunkelblaues auf dem Boden. So da, wo du jetzt stehst, so dass das da hochkollt. Vielleicht muss das andersrum drehen. Ne, andersrum. Ist schon... Na, nicht so. Gerade parallel, also... Doch, jetzt geht's doch daheim. Ja, noch weiter oben, dass da oben die... ...dingens noch gemacht wird. Ja, genau so, wie das da oben jetzt gerade ist. Ja, so. Nur halt da oben noch mehr. Hey, wir können hier oben jetzt auch, glaube ich, auf dem Gang drauf oder so. Ja, wenn wir auf dem Gang sind, dann haben wir es ja geschafft. Nein, auf dem Gang hier hinter dir. Ja, da würde ich aber nicht hin. Ey, da oben ist noch ein Plattform hier, ne? Naja. Nein. Ach so, doch, das ist richtig. Ähm. Dann mach da oben, ganz oben jetzt mal da dein Blossing, genau. Es landet jetzt da so irgendwie und macht da alles. Ich weiß nicht, was es so wirklich bringt. Warte, ich mach das mal eben noch hier fertig bei mir. Ey, ich seh da hinten schon wieder irgendwelche Laser-Fuck-Aufgaben. Ja, die sind lustig. Die töten nicht voll schnell. Das ist so ein Fail, das ganze Spiel, ey. Was wickst du denn jetzt so dahin? Ach. Lass mich. Hast du das eine weggemacht? Nein, hab ich gar nicht. Ah, guck mal wo ich bin. Ey. Wo denn? Guck mal hier oben. Ey. Ja, super. Jetzt kommt sie da nicht weiter. Das hab ich nämlich auch gesehen. Wahrscheinlich sollte man da mal weiterkommen. Die haben die Textur vergessen. Genau. Lauf mal weiter. Nein. Da ist ne unsichtbare Brücke, ja? Wollte ich grad sagen. Nee, ähm. Ja, scheiße, ne? Ach doch, warte mal. Ey, jetzt kann ich hier oben weiter weg. Ich hab keinen Bock mehr. Warn. Ja. Guck, hier oben kann ich jetzt weiter wegziehen. Ne, es sieht einfach wirklich so fucking aus wie Wichs. Es ist unglaublich. Nein! Epic Failure. Ich hab grad rangesoomt und bin rumgelaufen, ja? Ich hab ja vergessen, dass du rangesoomt hast. Haha, hi. Guck mal, jetzt können wir da oben zum Grund. So, ich probier jetzt hier und ich mache Brücke aus. Dann komm mal hier hoch. Naja, die Brücke ist vielleicht weiter weg. Wahrscheinlich ist das auch nur so ein Backen, ne? Nein! Jetzt komm ich hier nicht mehr weg, guck mal. Was denn? Hey, guck mal wo ich jetzt bin. Nee, ich bin cooler. Guck mal hier oben. Wuhu. Hier. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Vielleicht kann ich ja jeden Weg warten. Ja, wie kannst du... Wins halt. Wow! Fuck! Geh mal hier in mein Gelbes rein. Dann kommst du da hoch. Wo ist denn dein Gelbes? Ja, ich komm hier nicht mehr runter. 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 Aber doch vielleicht. Wahnsinnig viel dran im Ausweg finden. Hier. Da sollst du rein. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin fast da. Ich gehe. Alles gut. Bring den Würfel nicht. Och nee. Stell dir vor, wir sind jetzt alle so gemeistert und am Ende so, ja wir brauchen doch Würfel. Ja eben. Ja wo ist der auf der anderen Seite? Ja eben. 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 Ah gut. Stell den da ab, genau. Ähm ja dann lass mir mal die Gnacht hier vollwachsen. Ich glaub... Ach keine Ah... Ich weiß jetzt nur... Vielleicht müsste einer doch irgendwie nochmal runter, weil ähm... Der unten dann total entsetzen muss. Wieso kann man denn auf die weißen Platten nicht schießen? Da ist grau da unten hin, da hinten. Guck, da geht das doch. Nein! Na ja, schon, schon. Ja, das sind ja auch keine weißen Platten. Können wir da rüber? Soll ich mal probieren zu springen? Ah, guck mal, es geht da rüber! Ja? Ich bin drüben, ciao! Wow! Geh auch mal durch die Laserstrahl. Ah, Hilfe! Nein, du musst durch die Laserstrahl vorne laufen, ohne die Uso werfen. Das ist ja langweilig. Ey, da sind ja automatische Maschinengewehre. Da sollst du ja auch durch die Spitze durchlaufen. Wow, 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 wow! Komm, mach das Ding kaputt. Nein, lauf mal durch, das ist viel lustiger. Ach, das kannst du auch noch nehmen. Ach, das braucht richtig. Nein! Hahaha! Häääh! Jäääh! Äh, trotzdem, hol den Würfel, würde ich mal sein. Ja, hol den mal, bring! Ja, jetzt kommst du doch nicht mehr rüber! Ja, komm doch mal mit! Jetzt komm mit dem verdammt scheiß Würfel! er war schon alles voll machen glaubst du man sollte das auch so lösen wie wir es gelöst haben keine Ahnung ich werde das gegen wieder fünf Minuten das sind alles so levels für fünf Minuten ja ich so er hat jetzt meine Würfel geklaut I am the best ich bin vor allem weil ich das alles voll gewickt habe irgendwo hier befindet sich ein altes ich bin schwer jetzt mal hier ist die Butter nicht mehr weiß und da ist sie bei mir die ganze Woche habe ich versucht einen dieser Menschen in einem Tötungsverschirm zu verbrechen wir haben gar nicht alles voll gemacht es ist erstaunlich wie wenig so ein Mensch haushält und wie überauslautscht machen jetzt eine Pause Lange wieder kurzer Sinn, alle Menschen sind tot damit hängt alles an euch zwei Matschbären oh, alter das ist unglaublich, ja ey, wieso bin ich jetzt orange? nein, der hat jetzt einfach nur meinen Baukorb ja, ich will aber nicht deinen scheiß Baukorbler das ist auch viel cooler, ich habe ein Ei ja, du bist so ein Ei, du hast auch nur ein Ei, ja ich habe wenigstens Ei ich habe, ich habe ein rundes Ei und nicht so ein so ein Geschoss, was du da hast mein Gott, ey, das ist unglaublich gut, ich wusste nicht, ob die Remontage funktioniert ah, wo die Tests dann was, ich will jetzt zurück ins Huh ey, cool ey, Julian, lass mal sie hat keine Angst vor mir lass mal zurück ins Huh ich habe einen Plan wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben egal wie tödlich diese Tests enden Julian lass mal zurück ins Huh ins Huh ja, das ist diese Standard ja, ne ey, seid ihr denn extra für den Zug? lol, ich habe jetzt auch gar mal keinen Plan, wie das jetzt gehen soll, bitte lol, was hast du gemacht? wir gehen zum Hub ach, zum Hub, ich habe Zug verstanden hahaha lol, was ist bei dir denn falsch? man alter, das war echt mal ja, ey, wir hätten das bestimmt in 10 Minuten gepackt mit der ganzen Wichse aber so wie unsere Roboter aussehen, könnt ihr uns nicht verübeln, dass wir so lange brauchen, ja? das sind eben nur keine Prototypen so, willkommen im Hub, so danke fürs Zuschauen, so, ähm na, habt ihr die falsche Strecke gewählt? warte, wie viele Schritte habe ich? ich habe 15.000 Schritte, man, bin ich gut ja, ich habe 5.000 ja, ich habe 5.000 so, also danke, dass ihr zugeguckt habt ah, guck mal, Minus, guck mal, wir haben Minuspunkte sogar wo? Minus 385 wissenschaftliche Kollaborationspunkte ja, ich... warte, warte, danach kommt das wir haben 8 Plunkte, 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 Punkte ja, okay, danke fürs Zuschauen von unseren beiden Let's Fails hier, wir sind zurück im Hub, was immer das Hub ist und dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht ja, wir verabschieden uns auf ein Wiedersehen, das sind halt eh erstmal noch 10 Folgen wahrscheinlich hier das sind jetzt schon irgendwas so, mit dieser so, der Robert hat auch geschützt also, ich will dir einmal sagen, wie das geht du drückst Q und dann nimmst du das oben rechts oben rechts ok tapisch? ja, warte mach das mal nein nein oben rechts oben rechts ist bei mir nicht kannst du mir nicht irgend sowas wegnehmen so, okay ähm, nach ein paar blödeleien tschau tschau